Hallo und willkommen zurück. So, in den letzten Folgen haben wir da oben verseuchte Erde gesetzt. Ich habe da hinten angefangen mit dem Head-Reading, das habe ich noch aus dem Screen mit Erde weitergebaut. Alles klar, das sagt doch alles, wir haben schon mal gut Erze. Die machen wir jetzt erstmal so weit schnell fertig, denn die werden wir gleich benötigen. Denn ich will heute eine Kapazitator Bank bauen von Ender I.O. und eventuell noch ein Jetpack, beziehungsweise in der nächsten Folge dann. Ja, ok. Ender I.O. Eine Kapazitator Bank. Die reicht uns nämlich vollkommen aus. Das erste Mal die Tier 1er. Da haben wir jetzt da und wir werden dann noch sowas benötigen. Wenn nicht sogar 4 Stück davon. Ja, Eisen haben wir hier, Copper haben wir hier, Gold haben wir hier. So, ähm, David, brauchen wir Gold Nuggets. Wie viel Copper brauchen wir denn für einer? Einen Copper, das heißt wir brauchen uns dann 4. Ähm, das ist jetzt das Problem, Copper haben wir keins. Shit. Ähm, wir gehen uns mal ganz kurz bei Tyrocks eventuell etwas Copper snacken, wenn er welches hat. Ich seht, mein Inventar ist komplett leer. Ich kenn mich, ich fall bestimmt irgendwann irgendwo runter. Muss ja nicht unbedingt sein. Warum ist dort ein Loch in der Brücke? Egal. Ähm, ja. Ja. Hier hab ich den Tyrocks ein kleines Geschenk hinterlassen. Ähm, Elektron. Wir nehmen einfach mal alles mit. Er kriegt das alles er wieder von uns. So, außerdem er sieht die Folgen ja auch. Da sieht er das. Das da. Eins, zwei, drei, vier. Und die Kapazität der Bank kam auf jeden Fall schon mal. Die hauen wir dort noch mit rein. Die kann sich gut füllen. Ja, hier Lorium seh ich jetzt nicht. Lol, das kann ich eigentlich austauschen gegen ein Cable. Da kann ich mir jetzt nochmal reingucken. Äh, haben wir noch eins? Ja. Was ist da? Die Insel wird irgendwann auch nochmal verschönert. Jetzt hab ich das Wichtigste vergessen. Ähm, wo ist da? Äh, ja. Die Insel wird irgendwann nochmal verschönert auf jeden Fall. Das ist gut. Da rein, da raus. Äh, den Melvin werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen unter die Arme greifen in der nächsten Zeit. Denn das geht nicht so weiter, dass er nicht hinterher kommt. Dann wollten wir ein Jetpack. Äh, Jetpack. Das da. Wir brauchen konstruktiv Dingenspoment. Eisen und Redstone. Ein Aloysmelder. Da ist er. Hammer. Haben wir den nicht schon? Ich müsste jetzt lügen. Haben wir den nicht schon? Dann ist er oben. So, bevor ich hier jetzt sinnlos Ressourcen raushaue, guck ich lieber mal nach. Er läuft es mal da. Cool. Äh, was hab ich gesagt? Redstone und Eisen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und anschalten. So, während das durchschmilzt, brauchen wir wieder eine Kapazitator Bank. Also, ein basic Kapazitator. Electric Steel. Okay. Hierfür. Ach. Was? Was ist das? Leder und Eisen. Wie viel Leder haben wir? Läuft. So, das haben wir. Ich muss das hier mal ganz kurz ein bisschen aufrollen, damit ich ungefähr sehe, wie weit ich hier mit allem bin. Äh, hier Eisen nachhauen. So, das, das. Dann brauchen wir das hier unten. Basic Gear. Stock und Stein. Eins. Äh, ich brauche mehrere davon. Insgesamt 4 Stück. So, die kommen erstmal hier an die Seite. Ach, schon wieder Kapazitator Banks. Ernst. Äh, hier diese Kapazitator. Äh, so. Dann brauche ich dann zwei Redstone insgesamt. Dann brauchen wir das da und das da. Das bekommen wir durch Silikon und Redstone. Silikon haben wir hier. Redstone müssten wir eigentlich hier hinten drin haben. Ja, sehr schön. So, mal reingucken. Äh, ja. Ich bin gerade ein bisschen überfordert hier. Das raus, das raus, das raus. Die Sporen bleiben. Yellow Reed ist wunderschön. Das werden wir auf jeden Fall noch brauchen irgendwann. So, die Kohle kommt erstmal da rein. Genauso wie der Spaß. So, dann sind wir hier hinten fertig. Fast. Äh, äh. Wir brauchen noch mehr davon. Wir brauchen noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich könnte ja einfach mal das... Okay, das geht nicht. Läuft. Das kostet mich eigentlich ein Angering. Ähm. Ein Garst und eine Fledermaus. Das ist aber easy peasy. Garst kann man ja beschwören. Ah. String Summer. Das Summer. Da ist der Easy Angel Ring. So, das Curse, äh, Dingsbums habe ich unten. Das werden wir später machen. Ähm. Oder gleich, solange das hier noch braucht. Warum habe ich noch Diamanten im Inventar. Keiner weiß es. Ja, das auch. Können wir auch gleich wieder öffnen. Das, das, das. Ja. Ihr seht, es läuft auf jeden Fall gerade drin hier. So, kurz aufmachen. Gut, das ist Müll. Das kann man aufheben. Das hebt man auf. Oh. Uh. Wir haben ein Rain Shield. So. Äh. Die Essenblöcke da rein. Die Schneeblöcke kommen beim Essen rein. Genauso wie das Fleisch. Der Arm aus den Kontrollen rein. So, dann Golden Lasser, was wir getraftet haben. So. Wir haben uns bald auf die Jagd begeben. Das hier ist fertig. Ah. Ich habe sogar eins zu viel hergestellt. Chat. Ähm. Ich kriege acht Stück raus. Gut. Das heißt, ich brauche drei Stück davon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir machen gleich ein paar mehr. So. Jetzt. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Das war es doch dann eigentlich schon. Wir craften dann das hier noch. Brauchen wir noch zwei Redstone. Die sind dort. Gut. Dann kann das alles erst einmal weg. Äh. Holz kann wieder da rein. Eisen wird hier nachgekippt. So. Ja. Ah. Ich bin bescheuert. Ah. Na gut. Jetzt hat keiner was gesehen. Eins. Zwei. Ich kann schon mal die Conduit Binder hier reinhauen. Oh. Äh. Guck. Das hat sich erledigt. Die brauchen wir dann auch noch. Die machen wir aus Clay, Sand und Kies. Clay habe ich irgendwo noch. Sand besorgen wir uns ganz einfach. Und zwar so. Ähm. Hammer. Jetzt hab ich. Ah. Bin ich bescheuert. So. Da mal Clay. Okay. Gleich ein bisschen mehr herstellen hier. So. Sand wird aufgehoben. Äh. So. 32, 32, 32. Und 2, 3, 4. So. Ja. So. Hier hinten. Das müsste jetzt natürlich auch fertig sein. Ja. Bitte sagt nichts. Ich hab's grad selber gesehen. So und so und so und so. Das haben wir. Eins. Und zwei. Und da haben wir das Tier. Eins. Und das gehen wir jetzt natürlich noch bepowern. Warum ist es egal. Egal. 80.000 RF. Ja. Das ist gut was. So. Wir haben auch noch ein Bildchen gemacht. Wie viel hat der jetzt noch 93%. Ich glaub das müsste man upgraden eigentlich. Wie mach ich. Ähm. Wie mach ich. Ähm. Elektrike Stil. Gecrushed. Kohle. Iron und Silikon. Ähm. Silikon haben wir noch. Das. Gut. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge um einen Pulverizer kümmern.